Cooler Wagen Was ist das? Dieses Ding ist clever. Es versteckt sich gerne in meinem Truck. Klingt das eigenartig? Wie soll denn ein Monster, das gerade in deinem Truck lebt, so klingen? Wow, was machst du denn? Geh da wieder rein! Pass auf! Los geht's! Wo will der mit uns hin? Ich weiß nicht, wer von uns beiden fährt! Hey, hör auf!